Herzlich Willkommen an unserem ersten Wissenslunch NOSSOF. Wir möchten den Wirtschaftsstandort Nord-Ostschweiz stärken. Das ist unsere Mission. Wir möchten Unternehmer mit Unternehmen zusammen vernetzen. Wir möchten Business generieren. Das ist das Einzige, was wir wollen. Mehr möchten wir gar nicht Business-Opportunitäten generieren, wie sie auch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020